Was macht ihr? Ich mach das nur... Ja... 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 Ja, ich mach das nur... 3 oder 8 oder 6 oder 5 Und wenn ich immer monatlich reise, koste ich 6 6 mal 12 dann koste ich 6 und 9 3 oder 20 5 5 5 10 7 15 15 15 Das war jetzt am 7. Ich hatte 2 mal eine Kursung, das war's.